Yo, liebe Banjo-Fans, willkommen zurück bei Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind im Terridactlus-Land, oben im Nest auf dem noch größeren Berg und haben den Boss bezwungen. Einen Flugsaurier, den wir hier, glaube ich, immer noch hören können. Er ist nämlich gar nicht böse, sondern hat gedacht, dass wir seine Eier geklaut haben, aber das stimmt gar nicht. Daher helfen wir ihm nun, seine vier Eier aufzuspüren. Schade, ich hatte gedacht, dass er mir vielleicht noch mal zeigt, wo die sind, aber wir werden sie schon finden. Nichts wie runter da. Also, wir wissen, es gibt eins in einem ekelhaften Spalt, dann da bei dem Wasserfall und... Das ist nicht der Weg nach unten? Hä? Ja, aber warum war da jetzt noch so ein Puzzleteil oder was war das? What the fuck? Haben wir das Puzzleteil nicht am Ende des letzten Parts eingesammelt? Oder nicht? Äh... Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Dummerweise nehme ich diese Parts jetzt auch gerade an unterschiedlichen Tagen auf. Aber ich meine, wir haben das Puzzleteil schon eingesammelt. Das ist doch hier irgendwo gelegen, oder? Ja, aber andererseits, es kann ja nicht sein, dass hier noch ein Puzzleteil einfach so rumliegt. Das wäre ja schon ein bisschen lächerlich. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm... Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre ja schon ein bisschen lächerlich irgendwie, oder? Wir kriegen dann ja hier oben gleich zwei Puzzleteile, oder wenn man es so will, drei. Einmal fürs Besiegen des Bosses, dann für die Eier. Und ein drittes... Ja, für was eigentlich? Fürs Aufbohren dieses... Lochs. Hä? Also entweder ist den Entwicklern nichts mehr eingefallen, oder... Die haben das für ein gutes Versteck gehalten. Kann ich jetzt nicht bestätigen, um ehrlich zu sein. Nun gut, äh... Wie dem auch sei, wir machen weiter. Und ich glaube, wir können da runter. Ja, können wir. Ist hier vielleicht sogar noch irgendwas versteckt? Wäre natürlich geil, weil wir haben immer noch keine einzige Cheeto-Seite. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen peinlich, sagen wir es mal so. Aber ich erinnere mich, da ist auch noch eine Flugplattform erschienen. Stimmt. Und mit der können wir jetzt... unseren Jinjo bekommen, den wir schon vor Ewigkeiten befreit haben. Ja, lass uns mal hier runterspringen. Das passt schon. Ja, so mehr oder weniger passt's. Aber wir müssen vorher noch irgendwie... Da raufkommen. Gab's nicht hier in der Nähe irgendwo Sprungschuhe? Mit denen müsst's gehen. Da war doch was um die Ecke. Das weiß ich genau. Oder war das weiter oben? Ah, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber ich weiß noch ganz genau, dass hier was war. Weil so haben wir ja die leere Honigwabe geholt. War das da drüben vielleicht? Wir müssen im heutigen Part sowieso mal zu Mumbo und Wumba gehen. Die warten schon auf uns. Ich denke, ich habe auch alle Mumbo-Platten jetzt gefunden. Eine ist ja direkt bei... Ah, siehst du hier. Nee, Moment. Das sind keine Sprungschuhe. Shit! Ja, stimmt. Hier diese Mumbo-Platte und eine ist bei... bei... bei der... bei der Frau. Hä? Aber hier muss es doch auch Sprungplatten... Äh, Quatsch. Sprungschuhe geben. Sonst kommen wir da niemals hoch. Ich will das jetzt schon wissen. Oh, und Trennplattformen brauchen wir by the way auch. Für das Ei. Ach Gott. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich kann mich aber eigentlich auch an Trennplattformen erinnern. Oder habe ich jetzt hier irgendwelche... Alluziationen. Doch, doch. Ähm. Oh Mann, wo war das denn, Alter? Da, wo man die Fähigkeit bekommt. Den Move von... von Jam Jaws. War das noch weiter hinten? Im Detail bin ich halt nicht so richtig informiert. Oder warte. Warte mal. Habe ich mich komplett getäuscht und die... Flugplattform ist hier? Das kann auch sein, weil da sind nämlich Sprungschuhe. Oh Mann, ich bin so ein Dulli, ne? Ich glaube, hier ist das ganze Zeug. Ja, also auf jeden Fall springe ich mal da hoch. Genau, und da sind auch die Trennplattformen. Ich habe sie gesehen. Hui. Häh, warum hat das jetzt nicht gereicht? Willst du mich verarschen? Nochmal. Das kann nicht sein, das muss reichen. Oder soll ich das nur mit Kazooie alleine machen? Ich glaube, die kann dann wieder höher springen. Ah, doch, geht. Na, dann ist er gut. Jinjo, ich komme. Oh ja, und wir müssen auch immer noch diese verdammte Höhle mit den Triceratops finden. Irgendwo habe ich es versäumt. Ist er da? Ja. Irgendwo habe ich es versäumt, in eine Höhle zu gehen. Weiß nicht wo. Joa, und da sind die. Die Schulden mir noch ein Puzzle. Schließlich habe ich deren Tochter zurückgebracht und gerettet. Ja. Lass mal sehen, was ist hier eigentlich noch? Haben wir hier jemals oben? Stimmt, vielleicht ist das ja hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier jemals waren. Ah, doch, doch, waren wir schon. Doch, 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 doch. Aber hier? Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Entweder das war diese Unger-Bunger-Höhle, wo wir sowieso nochmal hin müssen. Oder? Nein, das ist es, das ist es! Ah! Okay, gut, 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 gut. Das sind ja schöne Steine. Die sehen aus wie diese... Ach, Moment, das sind Eierschalen, ne? Stimmt. Das sind keine Steine. Das sind Eierschalen. Aber das ist ein Stein. Schon wieder Trennplattformen? Was? Und eine Sprungplatte. Oh, 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 leere Honigwabe. Und die kriegen wir hinterhergeschmissen. Ja, das ist ja ziemlich witzig, dass wir jetzt, glaube ich, alle Honigwaben haben. Aber noch keine einzige Enchido-Seite. Na, komm, das wirst du wohl schaffen. Asui, enttäusch mich nicht! Sehr gut. Lülele. Okay, waren die Trennplattformen jetzt nur dafür? Oder? Gibt es hier noch eine blöde Aufgabe? Hey, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Oh, oh. Ich ahne, es ist ein Schlimmes. Danke, dass du meinen verloren ist, Kleines verschwunden hast. Du siehst nicht sehr zufrieden aus. Ich mach mir immer noch Sorgen um den Rest meiner Familie. Siehst du meinen ältesten Squat? Er ist sehr krank und braucht dringend einen Arzt. Was für ein Arzt? Keine Ahnung. Bring mir einfach irgendeinen Arzt. Da soll ein verrückter Schamane auf der hohen Klippe leben. Vielleicht kann der helfen. Okay. Unser Skrit ging eines Tages spazieren und kam so klein zurück. Für einen normalen Dinosaurier ist er zu winzig. Großartig. Gut zu wissen, dass nicht jeder in diesem Spiel böse ist. Ja, böse bin ich in der Tat nicht, aber du bist auch ein bisschen undankbar, oder? Kann das sein? Ich meine, im Prinzip ist das ja nicht mein Problem. Und ich habe zumindest deine Tochter zurückgebracht. Du könntest mir... Oder auch nicht. Oh, da ist ja noch ein Stein. Es ist anscheinend zu viel verlangt, dafür einen Puzzle zu verlangen. Schade. Aber ich habe schon mal eine Idee, was wir machen könnten. Ach was. Noch eine Mumbo-Platte? WTF. Na gut, da sind es drei. Ich habe eine Idee. Oh ja, doch. Ich habe zwei Ideen. Und zwar folgendes. Den können wir doch mit Sicherheit in diesen verdammten Rucksack packen, ne? Wetten, wetten, wetten. Was? Oder nicht? Ich will das gar nicht wissen. Du hast etwas gegessen, was ekelhaft ist. Sag mal, kann ich das Vieh nicht in den Rucksack stecken? Oh komm. Ich war mir jetzt so sicher, dass das geht. Wie mache ich das denn überhaupt? Haben wir nicht den Move gelernt? Natürlich haben wir den gelernt. Muss ich da so hinspringen? Nö. What the hell? Wir haben das doch gelernt. Ich bin mir sicher, wir haben das gelernt. Warte. Ah, jetzt, Alter. Okay. Gehst du da rein oder gehst du da nicht rein? Doch, du gehst da rein. Ich bin also doch nicht bescheuert. Yeah. Warte, was ist jetzt mit Kazooie? Kann ich den nicht mitnehmen? Ach, ist egal. Und zwar weiß ich schon genau, was zu tun ist, Mann. Wir müssen zum Bahnhof. Und der Zug fährt dann den Dino zur Overworld. Und von dort aus, ja, gehen wir halt dann einfach mit Mumbo zu ihm. Und heilen ihn irgendwie. Ich hoffe, dass es geht. Warte, wo ist zur Hölle ist nochmal der Bahnhof? Ähm, 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 ähm. Denkansatz war halt folgender. Wenn wir Gobbi in diesen Rucksack kriegen, dann auch ein Dino. Ne? Warum nicht? So, ich glaube, der Bahnhof ist sogar schon hier. Das ist halt einfach typisch Nintendo und Rare. Ich habe es ja schon mal gesagt. Bei Majora's Mask ging es auch mit einer Prinzessin. Also, warum nicht mit einem Dino? So. Jetzt da rein. Dino rauslassen. Und zur Overworld fahren. Kann ich das gleich jetzt sofort machen? Weil ich würde das halt schon gerne jetzt abhaken. Wie ihr die rausholt. Als ob, ey. Ja. Also, dann lass mich mal fahren. Geht das hier irgendwie? Nein, ich bin krank. Ich wollte das Schild lesen. Hallo, das Schild. Dann halt nicht. Ja, wie befehle ich den blöden Zug jetzt loszufahren. Auf da. Dieses Schild ist es, ne? Oder auch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht... Jetzt muss ich extra zurücklaufen und Kazooie holen. Nur weil... Was ist das denn? Das war Freunde aber nicht da. Was ist das? Was ist mit Banjo passiert? Was? Was zur Hölle ist passiert? Er ist weg. Ähm, ja. Ich hab null Ahnung, was da gerade geschehen ist. Ähm, aber gut. Wenn wir jetzt schon alleine mit Kazooie sind, dann können wir ja das Ei holen. Oder Ei ausbrüten, besser gesagt. Ich hab schon... Ich hab schon einen schönen Plan. Und zwar schnappen wir uns erstmal hier die Sprungspür. Und dann fliegen wir da einfach hin. Haha. Moin. Oh, was zum... Das war ja klar. Das war ja klar. Weißt du, Kazooie, ich bin ja schon beeindruckt von deinen Fäh... Kommt Banjo jetzt nicht mehr hoch. Dein Ernst? Komm, das muss gehen. Das muss irgendwie gehen. Ah, von hier. Ja. Okay. Kazooie, ich bin sehr beeindruckt von deinen Fähigkeiten, aber manchmal schießt du dann doch ein bisschen übers Ziel hinaus. Weißt du? Das ist ein... Das ist ein Problem manchmal. Okay, das geht. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass man nur fliegen kann mit Banjo. Allerdings, warum? Das wäre irgendwie Quatsch, ne? Aber wie gesagt, ähm... Warte nur kurz Bedenken. Ab zum Ei! Dann hätten wir das. Ein zweites ist im Berg. Dann... Oh nein, fäll mir nicht runter jetzt. Lande einfach. Lande. Dann bei diesem Spalt. Ungabungahöhle oder was das war. Und dann haben wir noch gesehen in der... Ugel-Bugel-Höhle. Aber da sind wir bislang nicht reingekommen. Aber wie mache ich das nochmal? Ah, stimmt. Ducken und B. Das ist eins meiner goldigen Kleinen. Oh, ist das nicht süß? Ja. Entschuldigung, ich dachte kurz, dass das Baby spricht. Aber das Baby kann noch nicht sprechen. Das muss es erst lernen. Ist doch klar. Oder sind Dinos etwas schlauer als Menschen? Naja, wohl kaum. Wohl kaum. So, äh... Was jetzt? Wo zur Hölle ist Banjo hin? Ich bin ein bisschen in Panik gerade. Ähm, 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 ähm... Wo soll ich denn lang? Wo soll ich denn bitte lang? Versuchen wir mal, den Bahnhof zu finden. Vielleicht ist der da ja noch. Gute hell? Wo ist der Bahnhof? Hier irgendwo, ne? Also jetzt habe ich gerade gar keine Ahnung mehr von irgendwas. Ich bin doch nur ein paar Meter gegangen, dann habe ich den schon gefunden. Sprich, ach, da vorne. Ach, Entschuldigung. Ich bin blind auf beiden Augen. Oh, okay. So, jetzt bin ich gespannt. Ähm, was ist das gewesen? Ist das irgendein Teleporter? Das mit einem Puzzle zu tun? Oder... Ach, der Hölle. Also, er steht auf jeden Fall noch da. Äh, jetzt ist das weg. Postet mir mal bitte in die Kommis, was das sollte. Hätte ich da irgendwas mit Banjo machen sollen? Oder was ist das? Vielleicht ist es auch nur so ein Checkpoint gewesen, dass man Kazooie holen kann. Aber ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Okay. Ab zum Hexeland. Ich mache das jetzt einfach mal, ne? Mit dem Dino. Warum nicht? Eigentlich war was völlig anderes für den Park geplant, aber... Man findet halt immer wieder was Neues in Banjo-Tween. Erstmal den Dinos helfen. Und ich glaube, diesem kleinen Dino, dem kann auch Mumbo helfen. Kann das sein? Weil, umsonst wird die Mumbo-Platte da ja nicht gewesen sein. Stimmt, und hier ist auch eine. Haben wir die schon mal verwendet? Das weiß ich nicht mehr. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die vielleicht für diese Quest gedacht ist. Naja, wir holen jetzt auf jeden Fall mal Mumbo. So viel steht fest. Er ist jetzt zwar kein Arzt in dem Sinne, aber im Notfall nimmt man halt, was da ist. Wo war der noch mal hier um die Ecke gleich, ne? Ja, du bringst mich auf gar keinen Fall noch mal um, du Arsch. Das ist mir einmal passiert, aber es wird mir nie wieder passieren. Damit es mal klar ist hier. Ich bin ein Held. Hey du, ich hab mal einen speziellen Auftrag für dich. Bitte enttäusch mich nicht, ja? Was? Wir haben den noch nicht verwendet? Echt? Okay. Dann wollte ich das wohl mal machen und hab's vergessen. Naja, umso besser. Dann können wir gleich mal rausfinden, was es mit der Mumbo-Platte auf sich hat. Ich würde aber tippen, die hat tatsächlich mit dieser Quest zu tun. Von daher haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Aber warte, ich bin mir sicher, wir sind doch schon mit Mumbo rumgelaufen. Oder nicht? Hä? Ja, aber warum hat er dann einen, einen Dings, einen Globo gefordert? Ach komm. Scheißegal. Auch wenn das funktioniert, denn, ja was denn überhaupt? Aha, siehste? Heilung. Okay. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ob die Platte jetzt wirklich nur für die Quest gedacht ist, das weiß ich nicht mehr. Entschuldigung, aber... Dafür ist sie auf jeden Fall auch da. Der Dino ist wieder quicklebendig. Wunderbar. Dann ist Mumbo's Dienst fürs Erste erledigt, aber in wenigen Minuten werden wir ihn gleich nochmal verwenden. Schon witzig, oder? Nur halt an einem anderen Ort. Bring jetzt nicht Mumbo um. Er ist der einzige Arzt hier. Und wir werden noch häufig einen Sunny brauchen. By the way, die habe ich immer am liebsten in Battlefield gespielt. Die Sunny's sind die geilsten. Macht auch am meisten Spaß für mich. Dung, dum, 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 dum. Mega off-topic. Ich weiß, aber... Joa. Ich hätte irgendwie mal wieder Bock. Kommt ja bald Battlefield 1. Vielleicht kaufe ich mir das. Mit dem vierten bin ich ja nicht so warm geworden. Teil drei war viel besser. Finde ich jetzt persönlich. Okay, dann zurück ins Dino-Land. Was jetzt war, ist ein bisschen Zeit, aber immerhin, es läuft in dem Part. Der schöne Tug fährt weiter. Naja, okay. Schön ist relativ. Eigentlich ist der ziemlich ramponiert, aber ja. Das sind die Waggons der Deutschen Bahn ja auch, ne? Von daher. Ich bin übrigens noch nie erste Klasse gefahren und auch nicht geflogen. Ich wüsste gerne, ob da der qualitative Unterschied sich tatsächlich lohnt. Wahrscheinlich nicht. Oder? Na ja, gut. Im Flugzeug könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Und ich glaube, ich werde das demnächst auch mal machen, weil so richtig krass lange Flügel... Boah. Ich glaube, das überlebe ich einfach nicht mehr. Also acht Stunden plus. Ähm... Weizug? Ja, gut. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Danke, dass du meinen König geheilt hast. Das wird ihn lernen, nicht vor dem Eschen seine Füchte zu waschen. Ah ja, okay. Tatsächlich hat mich bislang immer der Preis abgeschreckt. Ja, also vor allem beim Flugzeug, Alter. Das heißt, du hast fast schon das Dreifache. Was soll denn? Das ist die sind mir halt nicht wert, ne? Ey, cool. Die Minjos haben auch immer eine andere Farbe. Deswegen falle ich aber trotzdem nicht drauf rein, mein Guter. Tut mir leid. Ich glaube, Zug ist nur doppelt so teuer. Also das könnte man mal ausprobieren. Aber ich fahre eh so selten Zug. Gott sei Dank. Ähm... Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Mumbo. Ne, der ist auf der anderen Seite. Richtig, richtig. Ich bin gespannt, was diese Mumbo-Platte da direkt vor ihm auslöst. Oder die bei... Bumba-Bumba. Wir haben auf jeden Fall fünf Puselos schon sicher. Dann fürs Ei. Besser gesagt, für die Eier würde es noch eins geben. Bei den Dinos ist das siebte. Fehlen also noch drei. Oh shit, brauche ich die Gummistiefel? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber die sind eh hier um die Ecke. Find's schön, dass die hier mal wieder einen Einsatz bekommen. So häufig sieht man die nämlich nicht in dem Spiel. Hier haben sie sich mal wieder zur Brust genommen und sinnvoll platziert. Gut gemacht, Rare. Und da haben wir auch den letzten Teleporter. Super. Oh, ich höre einen Globo. Bist du da hinten? Pff. Wie lame versteckt. Aber was ist hier? Habt ihr gesehen, da kann man klettern. Oder ist das der Rückweg? Das ist der Rückweg, oder? Ach. Checken wir später ab, Leute. Jetzt machen wir erstmal die... Ach, geh runter. Die Jobs mit Mumbo. Ja, also ich bin übrigens kein Fan von diesen Globos. Die sind eigentlich immer total lame versteckt. Ich finde, die hätte es gar nicht gebraucht. Ich verstehe halt schon, dass die Entwickler irgendeine Bezahlung hier machen wollten. Aber... Ja... Irgendwie ein bisschen sinnfrei, so. Es gab jetzt nur wenige, die einigermaßen gut versteckt waren. Aber egal. Let's go! Yeah. Da hört man die Motivation schon raus. So muss das sein, Mumbo. Ich weiß nicht irgendwie, wie bleibt. ı Okay. Untertitelung des ZDF, 2020